ich habe ihn nach einer halben stunde suchen fall wieder gefunden aber der wind hat den abgetrieben der ist über die birken geflogen und zwar sieht man das dixi klo dahinten von da kishol Die Hunde haben sich entdeckt. Mein Glück. Bobby! Es ist immer so kalt. Der Hunde ist echt sehr schnell. Der Hunde ist nicht entdeckt. Bobby! Wie schnell so ein Haar wird. Ein paar Pferdchen. Ein paar Pferdchen. Kann man nicht sehen. Der Typ war jetzt mal da. Von da habe ich die Kamera drauf. Auf dem Klo. Und umgefallen ist. Und... Ja. Fight!